Hallo, hier ist Python. Das hier ist ein letztes Update zur Nintendo Zone ohne McDonalds bzw. zur Omega Rowin Alpha Saphir Demo. Die eigens erstellten Hotspots haben leider nicht funktioniert, das tut mir sehr leid. Allerdings war das vorher nicht abzusehen. Man konnte das einfach nicht wissen, dass Nintendo es geschafft hat, diese Hotspots zu blocken. Ist irgendwie verwunderlich, aber es ist jetzt eben so. Man wusste es vorher nicht, es tut mir leid. Jetzt gibt es aber sowieso eine Mikroseite, wo ihr einfach eure E-Mail-Adresse eintragen könnt. Dann bekommt ihr einen Code dahin geschickt. Problem dabei ist, dass die Seite vorhin mit sämtlichen Browsern gar nicht funktioniert hat und jetzt auch wieder dauernd down ist. Ich habe sie trotzdem mal in die Beschreibung gepackt und hoffe, dass ihr dadurch einen Code bekommen könnt. Drei Codes habe ich außerdem von dieser Seite gesichert und würde diese Codes gerne an euch verschenken. Die ersten drei, die unter dieses Video kommentieren, dass sie gerne einen Code von mir hätten, den schicke ich dann per privater Nachricht einen dieser Codes zu. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt irgendwie jeder noch an seinen Code kommt und wünsche dann noch viel Spaß bei der Demo. Ich bin damit raus. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.